Musik Hallo, Captain Ratchet! Ja! Hahaha! Hol mich doch, du Held! Vielleicht kriegen wir da drin ein Schiff. Tote Idee. Auf geht's! Hier ist ne Kleinigkeit. Viel für dich. Nicht schlecht für den Anfänger. Hey, wofür ist nur dieser knackiert? Es ist Zeit, dass wir uns näher kommen. Juhu! Jetzt lasst mir's krachen! Jetzt die Kacki und die Anfänger werden. Okay. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese blöden Männer, die treffen noch nicht mal meine Trainerin von vorne. Wir fangen noch ein bisschen näher an. Hör zu, Mister! Jetzt hast du Ärger! Großen Ärger! Okay, du hattest deinen Spaß! Jetzt bin ich! Du denkst so aus, nicht was? Freuen mich, wenn du kannst! Hey, Ratchet! Kumpel, alter Jude! Warum machen wir nicht Schluss und vergessen den alten Grab? Ah, B-Day! Gut, Ratchet! Du hast den Test wohl bestanden! Oh, Mann! Ja! Quark ist Geschichte! Trotz meiner anfänglichen Skepsis muss ich zugeben, dass deine Flugkünste sich langsam verbessern. Endlich hast du's kapiert! Aber damit finden wir Drag auch nicht. Mann, Klenk, kannst du denn nicht einmal locker sein und dich wenigstens ein bisschen freuen? Einmal... Hey, du willst Drag schnappen? Wetten, dass die Kiste das schafft? Hier ist Dala Gretsch mit einem Livebericht aus Gorda City. Dieser bislang friedliche Planet wurde heute ohne Grund angegriffen und verwüstet. Es scheint jetzt zweifelsfrei festzustehen, dass der Vorsitzende Drag nicht mehr davon abzubringen ist, die ganze Galaxie aus purem Egoismus zu zerstören. Es gibt scheinbar keine Hoffnung mehr. Das war Dala Gretsch für Kanal 2 News. Ähm... Ja, ich weiß. Ich dachte auch nicht, dass es so schlimm wird. Weißt du, vielleicht hattest du recht. Es geht um viel mehr als dich oder mich. Es war egoistisch, nur an Quark zu denken. Wir können Drag immer noch aufhalten. Hey, genau! Wir haben das neue Schiff. Schnappen wir ihn! So gefällst du mir. So gefällst du mir.